Also es ist eine Demo, es geht darum, wir betreiben quasi ein Tierheim, also eine Fangstation für Tiere. Das wird was kosten, die Demo ist natürlich kostenlos. Wir werden uns quasi um Tiere kümmern, die ausgesetzt wurden, die Leute zu uns bringen, Katzen, Hunde, später wahrscheinlich im Spiel noch andere Sachen. Wie gesagt, das Spiel ist noch nicht raus, das Spiel kommt erst jetzt demnächst raus, die Demo ist das einzige, was es momentan dazu gibt. Und ja, ich habe das gesehen und dachte mir so, es ist irgendwie traurig, aber irgendwie auch schön und wollte da mal reingucken. Achso, ich muss noch umschalten, Moment. Gibt es das denn schon als Kategorie? Anima... Ne, sieht nicht so aus, als gäbe es das schon. Als... Anima-Shelter. Doch, 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 doch. Gibt es schon? Nice. Okay. Ich würde sagen, wir werden einfach mal gucken, was wir sagen. Wir nehmen die Tiere auf, müssen uns um die kümmern, die sauber machen, Wunden versorgen, je nachdem. Und dann gucken, dass sie neues Zuhause bekommen. Was retten wir heute? Wir retten heute einen Hund. Wir retten den Hund, ich auch gar nicht. Die Demo-Version, da kannst du quasi, da hast du anscheinend keinen Endlos-Modus, sag ich mal. Du kriegst jetzt, du rettest jetzt einen Hund und du rettest eine Katze. Punkt. Guck mal, später kannst du items kaufen. Ne, also im Endeffekt, du bekommst das, das Tier wird bei dir abgegeben. Du musst erst mal pflegen, sauber machen, gesund machen. Du spielst mit dem, machst es sauber. Gibst auch Acht aufs Tier, dass nichts passiert. Kaufst dem auch Items, also Spielzeug, Leckerlis, hast du nicht gesehen. Und dann natürlich das Ziel, ein gutes Zuhause zu finden. Nur jetzt. Use this there. Ja, ja. And use it. Open it. Get close to the... Ach, da hinten. Kann ich hier... It's a place where you can release your animals to let them run, walk and spend time together. Okay. Also hier können wir die Tiere freilassen, damit die zusammen spielen, interagieren und ein bisschen Spaß haben. Dog run. Okay, hier ist... Das ist einfach die Klinik. So sieht es aus. Ne? Hier nehmen wir unsere Tiere auf quasi. Das ist für die Katzen. Office. Hier wird gewaschen. Oh Gott. Hier ist die Klinik. Kann ich da auch einfach reingehen? Kann ich da auch einfach reingehen? Ähm, wie gesagt, das Spiel ist noch nicht draußen. Wenn das dann einmal draußen ist, ne? Hunde, Katzen ist der Anfang. Aber ich vermute... Oh mein Gott, das ist nicht so... Hier kann man dann den Tieren helfen, die wieder gesund machen. In den Computer. Also ich kann mir vorstellen, dass dann irgendwann... Wenn das Spiel dann released ist. Oder im Early Access da ist. Dann irgendwann released ist. Dass natürlich noch viel mehr Tiere hier mit reinkommen. Jetzt nicht nur Hunde und Katzen. Sondern dass du dich später irgendwann um alles mögliche kümmerst. Nein, ist noch eine Ecke. Hier vorne. So, mein Büro. In zehn Ecken. Okay. Und die Musik ist schön. Hup. Guck mal. Wir müssen ja erstmal zu dem kleinen Hund. Wo ist denn der? Äh, hier drüben drinnen. Ins Haus kann ich noch nicht. Weil wir in die Fullwürschen. Okay, da können wir nicht rein. Hinten können wir auch nicht rein. Aber für die Katzen gibt's kein... Haus? Oder ist das für Katzen und Hunde? Nee, Dog Cages. Nee, es sind nur die Hunde... Okay, Katzen sind die ganze Zeit draußen. Das ist auch ein bisschen böse. Oh, ich will ein Hundi. Oh, nein, du. Oh, du bist so süß. Kenniges. Cakes, Kennies. So, dogs and cats. Okay, die haben wir separat gehalten. Und in den Schädel. So, rest a little. Okay, also wenn sie ankommen, tun wir sie erstmal hier rein. In so einen Kabuff. Und da können sie sich erstmal ein bisschen erholen. Ah, das ist... Okay, dort ist ja Animal Info. Okay, und jeder Käfig wird auch eine Info haben. Mit dem Tier. Wurde jetzt lange nicht gefüttert. Hat Hunger. Hygiene ist im Keller. Hat nicht so gespaß. Und geht's nicht gut. Ist ein bisschen Durst. An sich ist er gesund. Animal is hungry all the time. So, jetzt kommst du mal mit. Ich kann da aber nichts rein machen. Ich kann ihn nur weg machen. Pat, pat. Oh, ich streichel. Muss ich gedrückt halten? Ah, ich kann... Das mach ich mit der Maus gerade übrigens, ne? Jupp, 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 jupp. Kannst du mal mit rauskommen? Warte. Warte, warte, warte. Da komm mit. So. Äh, ich will zu. Kann ich dich kurz hier runterlassen? Kann ich mich hinhocken? Oh, ich kann mich hinhocken. Na du. Oh, ich bin ein feiner. Oh Gott. Oh Gott. Ach Gott. Ja. Wie kann man solche Tiere... Ganz ehrlich, ne? Leute, die die Tiere in der Realität irgendwo aussetzen. Oder so. Alter, da hab ich kein Verständnis für, ne? Dann holt euch keine Tiere, wenn ihr sie aus... Achso. Das war ja jetzt auch. Äh, takes the dog into the washing station. Das ist so jetzt wegen Corona. Viele holen sich was jetzt haus sitzen. Irgendwelche Tiere. Und dann im Endeffekt, wenn wieder alles normal ist, sag ich mal. Leute wieder arbeiten gehen. Dann die Tiere. Sauerei. Wenn ich verstehe, ist klar. Aber trotzdem. Da hin. So. So, jetzt machen wir die sauber. Also bevor man sie dann irgendwie frei... Also einfach irgendwie aussetzen oder so. Ich meine die Leute, die es dann ins Tierheim bringen. Du riechst hell in den Schulters Schuppenmedizin. Hast du Schuppen? Du hast keine Schuppen, ne? Du bist ja ganz feiner. Ähm. Erstmal... Bürsten wir dich erst mal. Ich muss das echt selber machen mit der Maus. Ach du Scheiße. Warte, kann ich mir hinhocken? Ja. So. Ist das richtig? Ist das eine Bürste? Das ist doch so eine feine Bürste. Aber ich glaube, das soll ich jetzt nicht machen. Ich soll den erstmal... Okay, warte. Wie kann ich denn das? Ah, ich lege das so ab. Okay. Äh. Oh, oh. Also erstmal muss man eigentlich einschäumen. Aber... Oh, nee. Komm her. So. Augen zuhalten. Eigentlich müsste ich sie mit der Hand drüber halten, aber das geht halt nicht. Bevor wir jetzt natürlich den einschamponieren, erstmal... So. Achtung. Ah, der Kopf ist immer ein bisschen kritisch. Also Sunny wird da frei. Wenn der Kopf nass ist irgendwie, dann ist es vorbei. So. Okay. So. Das ist sehr gut gemacht mit der Maus so. Rechts ist immer Pick-up und auch hinlegen einfach. Warte mal, wenn ich das gedrückt halte, kann ich sogar... ...sagen, wo ich es hinlegen will. Wäre das cool? So. Schmutz da raus machen. Achtung. Augen zu. Oh, da ist ja wieder ein Hund da drunter. Wir dachten schon, du bist die Katze. Das ist süß gemacht. Oh ja, das ist wirklich süß gemacht. Überseiten wechseln. Achtung. Da vorne noch so ein bisschen. Hutz, 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 hutz. So. Da. Ich geh dann mal ins GTA 5 FE. Tschüss. Have fun. Viel Spaß. Da fühl ich mich. Äh, geht vor hoch. Ich geh mich nicht live unsicher machen. Viel Spaß. So. Oh Gott. Ähm. Ja, Moment. So. Nee, stopp wollte ich gar nicht. Komm her. So. Jetzt runter hier. Ich kann, ich seh noch nicht, wo ich hinziele. Achtung, Sicht, Kopf, Vorsicht. Jetzt fühlen wir dich noch. Muss ich irgendwo anstützen? Ich will dir vorstellen, dass du dann hier, dass du vielleicht auch wie so eine Karriere hast. Dass du am Anfang nur ganz kleine Gebäude hast. Dass du halt auch dann dich selbst erweitern musst, da immer mehr Tiere kommen und so. Das ist cool. Cool. Das ist schön. Also wenn da die Vollversion rauskommt, die da so das Gesicht schon trocken machen wird. Okay. So. Bump. Takes the dog back into the cage. Oh yeah. Ich versuche sauber. Kann ich hier durch? Nee, da ist keine Tür. Aber können wir jetzt noch mit dem Hundi spielen? Pat, pat. Ja. Das ist ein feiner. Oh Gott, ich werde mich ganz schwer von jedem kleinen Tier hier trennen können, ne? Aber es wird richtig schlimm. Get your cats, dogs must eat a drink for all our food. Okay. Jetzt müssen wir mal an den Computer gehen. Wir müssen jetzt Essen kaufen. Für den Kleinen. Ich komme gleich wieder. Ich muss ja Essen holen. Äh, da. Ich werde jetzt hier in den Türen reden hier. Boop. Okay, Computer. User, computer, 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 computer. What things your shelter? Take an animal secret in your home. Okay, hier können wir auch ein neues Haus suchen. E-Mails, shop, animals, shelter. Also sehe ich alle Tiere, die ich habe. Find a list of all animals that are living in your shelter. Okay. Statistics. Wie es dem Tier wahrscheinlich geht. Pets. E-Mail. Take in. Check a list of animals in your shelter. You will find a list of animals that are not living here but can take into your shelter. Okay. Also hier können wir auch neue Tiere herholen, bevor die dann irgendwie weggehen. Also nicht, ausgesetzt werden einfach so oder so. Okay. Ähm. Ein Shop. Ein Food Kit. Und ein Dollar. Add to Cart. Und Wasser. Nehmen wir auch mal eins. Medizin. Es kommt alles noch. Hygiene wird es noch mehr Artikel geben. Spielzeug. Decorations. Ach so, so ein Mob einfach. So eine Tasse. Okay, warte mal. Also. Ein Atoma und Durst noch. Jetzt können wir deine Katze auch gleich mal machen. Mal gucken. So. Okay. Dann gehen wir mal den mal füttern. Klick. Das Shop-Icon ist dann bei. Food for the Animal. Hab ich doch. Add to Cart. Oh. Ähm. Ja. Ja. Oh, da kommt ja Drohne. Amazon ist modern. Na, kam er mal so. Okay. Kleiner Helikopterplatz. Das ist schön. Ähm. Open. Kann ich das? Oh, kriege ich das nicht in mein Inventar? Wo ist es hin? Ah, jetzt hab ich das gestorcht. Okay. Mit dem Kortong. Gut, während sie Katze wäre, könnte man den Kortong reinstellen. Da könnte man die Katze mit dem Kortong spielen. Okay. Hi. Jo, du kriegst jetzt was. Water. Kannst was trinken? Okay. Gut. Jo. Nein, ich wollte... Nicht auf dich. Das ist drauf. Oh, Trockenfutter. Bitteschön. Intel pads food in order of... Ich glaube, es ist empty. Ja, button. Ähm, take the ball and use it to play... Gibt's ein Ball? Oh Gott. Wo ist denn hier ein Ball? Jo. Bad, bad, bad. Juhu. Das ist echt süß. Komm mal. Okay, lass uns mal auf, wir können da rauskommen. Okay, wo ist denn ein Ball? Da muss ich einen kaufen. Muss ich eigentlich einen kaufen, ne? Oh, da ist ein Ball. Der Ball ist gestormt. Kommst du? Okay, ist noch am Essen. Playing with animals. Yes. Hm, you want to play with animals. Press the mouse button. Take it on. Okay. Na komm. Oh Gott. So, komm mal jetzt da raus. Dein guter. Du kannst jetzt spielen. Wie geht's denn hin? Wie geht denn hin? Ich hab nicht zugerhört, wie man den Ball benutzt. Ähm, warte. Du weißt, wie? Mach. Play. Ich hab mir einen in den Kopf geschmissen. Tut mir leid. Oh Gott. Was? Use the computer to buy a camera by choosing a shopping option. Ich muss quasi ein Foto von ihm machen, um ihn zu allem zu... Ah. Ready for the drone. Takes the camera. Spiel nochmal. Jo. Da. Nein. Gibst du den her. Gibst du den her. Hier. Hol. Oh, das ist echt losgebracht. So. Komm gleich wieder. Ich komm gleich wieder. Guck mal, wie sie holt. Ach, bin jetzt schon fertig. Die Drohnen würde ich auch unterstützen. Besser als wenn die Paketboden in die Wasserfläche pekeln müssen. So, wir brauchen others in the camp. Ja. Okay, das Spiel wird mir auch gefallen, glaube ich. Das ist echt schön, wenn man es noch ein bisschen aufbauen kann, wenn es so Karrieremodus mäßig gibt, dass du halt wirklich klein anfängst, ne? Dann kannst du es immer erweitern und so, würde ich sagen. Ich hoffe, jetzt gebe ich dann den ganzen Katzen die ganze Zeit zum Spielen. Taking Photos. So, hi. Warte mal. Pack ich auf den Slot. Hey. Na komm. Ali hoppa. Pass rein. Warte. Okay. Wir haben ein Foto gemacht. Fotos. 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 Du hast den Computer oder nichts mehr. Klicke mehr Info. Find new home. Okay. Wie gab's ein Foto? Liegt das jetzt da? Loll, hä? Ist das so eine Polaroid? So eine Oldschool? Oh Gott, das ist so süß. Wie kann man jetzt die Hunde adoptieren? Jetzt mal ehrlich. Der ist so knuffig. Nee, kann ich das bitte groß anzeigen lassen? Oh, guck mal. Wie kann man die kleine Hunde nie abappieren? Nee, ernst. Scanner. Okay, wird gescannt. Viel Liebe zum Detail hier irgendwie. Okay, Computer. Anzeigen. 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 Find a new home. Upload photo. Genau. Select. Anzeigen. Und der Musik dazu. Ist auch richtig schlimm, ey. Posting your ad. Offer. So. Weitere e-mail. Is an offer to adopt. Achso, ja. Und da habe ich genau. Habe ich eine Ausschreibung gemacht. Adopt. Doc. Neh mit. Also. Da ist schon jemand. Oh. I want the pet to be happy. Neh, Philipp. Okay, er will nicht, dass das Tier aggressiv ist. Oder er will kein aggressives Tier. Er möchte es glücklich und gesund. Und. Verstehe ich richtig, ne? Incheiners. Animal to my preference. Ja, doch. Okay, können wir antworten. For the answer, please visit your shelter to pick up an animal. The new owners are coming soon. Norris kriegt also gleich ein neues Schein. Jetzt fühle ich mich schon schwer, damit den Hund wegzugeben, ne? Das ist halt. Mit der Musik dazu macht es nicht besser. Ich will nicht, dass du weggehst. Aber es ist die Demo. Ich muss das tun. Warum werde ich nochmal streicheln? Ja. Da kommt gleich die. Oh, guck mal. Da kommt jemand. Ich muss den auch hoch hier wieder hinbringen. Oh, da spielt es Folter. Ohne Scheiß. Da spielt es einfach nur reine Folter. Du bleibst hier. Ich sag nicht, du bleibst hier. Dann hast du ein schönes Zuhause. Dann geht es dir gut. Dann wirst du glücklich. Pass auf, dass es dir gut geht. Und schreib mal. Nein, ich bin jetzt happy. Ja, ich nicht. Mann. Ich geh jetzt traurig alleine in mein Office. In der Google-PC. Play Agenda's Cat. Ich wollte gerne nochmal die Katze... Ich wollte gerne nochmal sehen. Ich wollte das immer noch mit Katze. Okay. Jetzt haben wir eine kleine Katze bekommen. Okay. Kennen wir schon alles. Hallo. Oh Gott. Hallo, du kleines Kofi. Oh Gott, bist du süß. Oh. Ein witziger Katze. Oh, so ein kleines Gurt. Oh Gott. Warte. Selbes Spiel, ne? Wie vorhin. Guck. Erstmal. 30, 30, 30, 30. Oh Gott, ist das auch so süß, ne? Die macht die Augen zu. Guck mal. Scheiße, Alter. Spiel ist nichts für mich. Das ist so ein Folterspiel bei mir. Der Hund fährt das Auto. Das ist ein sehr moderner Hund, okay? Nee. Mann ist so gemein. Okay. Hallo. 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 Ich hab'n Bug. Ich kann's nicht. Ich kann... Ich würde es gerne hinsetzen, aber es geht nicht. Mitzikatsu, ich würde... Oh Gott, ich würde... Oh Gott, ich würde... Ich würde ja gucken, dass... Ne? Ich hab' nicht gelesen, aber... Aber... Click to drop. Cats schulden. Oh. Oh. Sorry, Mitzik. Sorry. Ich hab' nicht gelesen. Entschuldigung. Ich würde jetzt gerne im Patreon sagen, so keine Angst. Das ist alles gut, ich hab'n Fehler. Okay. Ich hol' die... Aber das ist jetzt besser? Sicher, dass das jetzt besser ist? Look for... Okay. Medicate Train. Ich muss auf die andere Seite gehen, oder? Ach. Okay. Also erst das Ding rausziehen. Augentropfen. Alter, was? Ja, aber... Oder erst so? Ne. So? 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 Okay, also die kriegt das rausgezogen. Spritze. Oh. Augentropfen. Ja, aber... Hat sie denn ne Verletzung? Hat sie überhaupt ne Verletzung? Okay. Da ist was zum rausziehen. Oh ja, jetzt seh' ich's auch. Ja, ja. Ach, Zecke. Alter. Dieses Viehzeug. Äh, wirklich. Alter, ist sie riesig. Alter, ist sie riesig. What the fuck? Diese Katze würde dich umbringen, wenn du das machen würdest. Ja, wahrscheinlich. So. Hä, ich wollt... So. 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 2 zu 3 finde ich's auch schön, wenn das Spiel dann. Groß ist. Also wenn du hier wirklich. Ne. Erweitern könntest eine östvielte Tiere hättest und so. Und halt wirklich mehrere Tiere gleichzeitig versorgt werden müssen und alles. Das ist ja schon geil. Achso, wir müssen wieder Essen kaufen. Ja, ne. Du bleibst da jetzt drin. Kommt. Da jetzt wieder ich wollte noch Essen. Warte eine Sekunde. Ich würde gleich machen können eigentlich, ne? Oh Gott, ey. Das ist so cute. Ähm, I know. Wir holen einmal Echen. Einmal Echen. So. Wir gehen jetzt raus, gucken uns die Drohne an. Da kommt die Drohne. Das heißt, mit Drohnen wäre schon echt mega nice. Da müssten sie erst die Infrastruktur anders bauen, weil so weit kommen die nicht. Ähm. Okay, jetzt kannst du... Klicke, verzisch dich. Jetzt kannst du was zu essen. Hi. Na? Ach, wo ist hier eigentlich Katze? Also so ein bisschen Milch von dir? Ja, Katze. Ja. Wir haben nur Trockenfutter, ne? Wir können uns nicht so viel leisten hier. Okay. So, wir warten, bis sie fertig ist. Und dann spunt hier ein Ball. Ich würde eigentlich lieber kaufen, aber okay. Ach, die haben hier so ein bisschen was drüber. So, ich dachte, okay. Ja, okay. Aber trotzdem, dass die nichts haben, so komplett windgeschützt auch, oder so, das ist irgendwie ein bisschen... Ich hätte jetzt 100% happy. Kann ich dann Sachen machen, mit so einem was sauberer machen und so, okay. Katze Kat? Use a laser to play with the cat. Guck mal hier. So, wir gehen jetzt hier raus. Wir spielen jetzt. Ob du willst oder nicht, wir spielen jetzt. Oh Gott. Hey. Niko, Niko, Niko. Oh Gott. Niko, ja. Oh Gott. Oh Gott, ist das so gut. Da, ja. Husten. So. Oh Gott. Oh Gott. Oh Mann, das ist ein schönes Spiel. Was ist ein schönes Spiel? Zähne Nase. So. Ähm. So, die Cam holen. Hier, ich mach's zu. Oh, ich will nicht, dass die adoptiert würde. Ich will nicht dem 100% fallen. Ja, ich kauf das nochmal. Also, selbes Spiel natürlich wie das andere. Wie beim Hund. Auch schön, dass man auch ein anderes Spielzeug hier jetzt gesehen hat, ne. Ist halt nur eine Demo, aber ich find's halt mega schön. Ich find's halt mega schön. Ach so. Drohne. Ja, pack's hier halt in den Baum, Kollege. Mach's dir gut. So. Mietze Katze, wir machen ein Foto. Wo liegt sie in der Ecke? Hi. Schliefst du etwa? Ja. Wir müssen noch Foto machen. Mietze Foto. Wie sie schläft. Ist eine sehr ruhige Katze. Schläft viel. Macht nichts kaputt. In Klammern HH. Wird nicht ihre Möbel zerkratzen. Schläft einfach nur viel. Hm. 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 Upload Foto. Da musst du aufpassen, dass du immer das Richtige machst, ne. Und so. So. Fanny New Home. Ja. Sie können ihr das kleine Tierchen abholen. Ich hätte es auch canceln können und sagen können. Ne, ne, ne. Ist nicht. Ein Foto bleibt mir noch von der kleinen Katsch. Vielleicht kommen wir noch ein besitzer. Aber ein Foto habe ich noch. Was ist denn voll traurig? So. Komm, Mietze, wir spielen noch eine Runde. Hier, komm. Hier, komm. Oh, das ging schnell. Och, Mietze, es tut mir leid. Du musst zugehen. Ich weiß, bei uns ist es viel toller, ne. Komm her. So. Oh, man. Du musst jetzt in den Gäbel. Es tut mir leid. Ah, wie sie guckt. Kann ich hingucken. Kann ich? Wait. Oh, die Karte lief. Please step away from the vehicle. Nein. Scheiße. Du rasseligst. Nein. Ich weiß gar nicht, wie sie hieß. Ich habe nicht geguckt. Nein, ich habe nicht geguckt, wie sie hieß. Oh, Mann. Wo ist sie denn auch kloppen? Ich bin ja so voll süß gezeichnet. Dann wird ja gleich Mietze Katze hier. Ja, das war Anime Shelter. Mit Demo dazu. Ich finde es mega schön. Ich bin gespannt, wenn die Vollversion rauskommt. Ob dann, wenn dann noch mehr Tiere dazukommen. Und wenn das wirklich so einen Karrieremodus hat, dass du das richtig aufbauen kannst. Step by Step. Ich glaube, das könnte ein sehr schönes Spiel werden. Ich glaube, das könnte ein sehr, sehr schönes Spiel werden. Mit schönem Hintergrund auch noch. Oh, wie viele Katzen hier rumlaufen. Oh, Gott. Die seht jetzt leicht aus. Find da mal die richtige. Ich habe einige V-Tipps genau gehört. Uiuiui. Ich habe einige V-Tipps genau gehört.